Hallo zu einer weiteren Folge von Digi-Fernunterricht. Heute geht es um kritische Gedanken von Alan Levine. Ich habe mal zur Ausnahme eine Präsentation vorbereitet, durch die ich durchgehen werde, um zu erklären, was Levine sagt und weshalb er fordert, weg vom Bildschirm, versucht nicht euren Unterricht online durchzuführen. Wie meint er das? Was heisst das konkret für die aktuelle Situation? Wie komme ich zu solchen Texten? Das vielleicht zu kleiner Exkurs. Ich bin auf Twitter vernetzt mit Menschen, die über Bildung nachdenken. Das ist für mich ein Ersatz für die Zeitungslektüre, ein Ersatz auch für Fachdiskussionen. Und Martin Lindner ist ein Experte, der sich schon seit Jahrzehnten mit digitaler Bildung beschäftigt, der auch mit mir schon kooperiert hat, Bücher geschrieben hat. Und was er hier empfiehlt, ist dieser Blogbeitrag von Alan Levine. Levine ist auch ein Pionier, wenn es ums Online-Lernen geht. Also der weiss, wovon er spricht. Wovon er spricht, ist ein riesiges Experiment in Online-Learning. Ihr seht hier das Ausrufezeichen, die Illustration und dann mal schauen, ob wir da wirklich auch erschlagen werden. Und was er sagt, ist, Levine hat nie versucht, seinen Unterricht, seine Kurse online zu stellen, sondern er hat versucht, Menschen zu helfen, creative ways zu finden, um Technologie, Medien, Internet so einzusetzen, umzusetzen, dass ihr Unternehmen, ihr Lehren dadurch gestärkt verbessert wird. Also das wäre so wie das Erste, was wir von diesem Beitrag mitnehmen. Versucht nicht das, was ihr im Unterricht macht, online umzusetzen, sondern versucht zu schauen, wie kann ich online etwas tun, um wirksam zu sein in Bezug auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler. Was können sie in dieser Situation, auch mit Medien, auch mit dem Internet, tatsächlich lernen. Levine weist darauf hin, dass wir jetzt im Prinzip ins kalte Wasser gestossen werden, dass wir ein Experiment machen, um diese Brücke, diesen Abgrund zu überqueren. Das heisst, wir haben die Pioniere, dann haben wir die Technologie zuerst einsetzen im Unterricht und dann kommt lange nichts mehr und dann kommt so ein bisschen die Mehrheit. Und jetzt werden plötzlich alle Lehrenden mit der Frage konfrontiert, wie geht man damit um, dass jetzt Fernlehrer, Fernunterricht angesagt ist. Und da sagt ihr, dieses Experiment wird nicht so einfach verlaufen und gibt ein paar Tipps, von denen wir ausgehen müssen. Nämlich, wir müssen improvisieren. Erwartet nicht perfekte Lösungen, habt auch nicht den Anspruch an euch, nicht den Anspruch an andere, dass das alles perfekt funktioniert. Ihr seht auch in diesem YouTube-Kanal, ich mache hier nicht den Hochglanz, sondern ich versuche so quick and dirty Lösungen zu finden, die funktionieren, die das rüberbringen, was ich sagen will und nicht unbedingt auf Hochglanz poliert sind. Do the best you can. Das heisst, seid zufrieden mit dem, was ihr leisten könnt. Setzt das um, was für euch möglich ist. Messt euch nicht immer an zu hohen Ansprüchen, auch in Bezug auf den Einsatz der Technologie. Geht grundsätzlich davon aus, dass das, was ihr technologisch machen wollt, nicht funktioniert. Und das führt dann wie zu zwei Konsequenzen. Nämlich, die eine ist, mach so wenig wie möglich online. Ich erkläre dann gleich, wie das gemeint ist. Und das zweite, was es heisst, dass man davon ausgeht, dass Technologie nicht funktioniert. Du brauchst einen Backup-Plan. Also, überleg dir, was machst du, wenn das nicht geht, was du machen willst. Komme gleich darauf zurück. Livain sagt, online und offline verhalten sich so zueinander. Wir brauchen in diesem Distanzlern-Setting online, um miteinander reden zu können. Wir brauchen es, um die Bedürfnisse anderer Menschen wahrzunehmen. Man hat auch Bedürfnisse in Bezug aufs Lernen, in Bezug auf die Schule. Schülerinnen und Schüler brauchen diesen Ort für soziale Eingebundenheit. Also, das müssen wir online auch berücksichtigen. Und, das habe ich jetzt hier ein bisschen versteckt, das sich kümmern online. Also, wir kümmern uns um andere Personen, indem wir mit ihnen digital in Kontakt treten, über unsere Gefühle, unser Befinden, das, was uns Spass macht, sprechen, miteinander spielen. Also, wir verbringen Zeit zusammen. Offline, sagt Livain, findet der ganze Unterricht statt. Also, das Lernen, Schreiben, Lesen, Üben. Lasst es so machen, dass es offline möglich ist, dass man nicht an einem Bildschirm sein muss. Weil er sagt, sobald wir das alles von offline zu online transportieren, gibt es ganz viele Verluste. Gerade bei den Lernenden, die weniger Zugänge haben, die weniger gute Bedingungen zu Hause haben, die gehen verloren. Also, versucht euch bei diesen Online-Aktivitäten auf das zu konzentrieren, was funktioniert. Und auf den menschlichen Aspekt auf dieser Seite. Also, hier geht es, online geht es um den Menschen, offline geht es um Wissensmanagement, Wissensarbeit. Das wäre so seine Haltung, sein Kerngedanke. Er schlägt ein Tool vor für diese Online-Nutzung. Das heisst, Whereby, das ist eine digitale Sprechstunde. Also, wenn ich das eingerichtet habe mit diesem Link, könnt ihr mich unter Whereby erreichen. Ich mache gleich ein kurzes Erklärvideo für Whereby, wie es funktioniert, wie man es nutzen kann. Aber das schlägt jetzt lieber ein vor als einen Zugang, um zu sagen, das ist jetzt hier die Möglichkeit, menschlich miteinander Kontakt zu treten. Zwei Zitate zum Schluss. Also, was ich schon gesagt habe, ist, es braucht Backup-Möglichkeiten. Backup ist E-Mail und Chat. Also, ihr braucht von allen Lernenden eine E-Mail-Adresse und einen Kontakt, mit dem ihr sie im Chat erreichen könnt. Also, Telegram-Gruppe, Teams bei Office 365 einrichten, mit dem wir, wie sagen können, jeden Tag gibt es einen Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden, um zu sehen, was läuft bei ihnen, wie geht es ihnen. Diesen, to be in touch with you. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, das herstellen zu können, mit etwas, was technologisch so stabil ist, dass es wirklich auch immer funktioniert, auch wenn Videokonferenzen vielleicht nicht möglich sind. Der zweite Punkt ist, das Ganze ist total interessant, was jetzt abläuft. Also, wir haben es wirklich mit einem Experiment zu tun. Das muss keine Katastrophe werden, sondern wir müssen uns solidarisch verhalten und wir müssen teilen und unterstützen in dieser Situation, das Ganze miteinander gestalten und nicht einzeln darunter leiden, sondern gemeinsam Lösungen finden, kreativ sein. Wenn ihr mehr von Liban lesen wollt, das ist ein Blog. Ich verlinke den wie immer auch unten. Und wenn ihr Fragen habt, Ergänzungen, Kritik an dem, was ich gesagt habe, ich freue mich sehr, von euch zu lesen und auch teilt doch mit mir, was ihr teilen möchtet. Ich verbreite das gerne weiter und greife es auf. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.